Als Transportunternehmen beschäftigt Lagermax an seinem Standort in Straßwalchen 20 Lehrlinge. Ja, ich würde sagen, dass es sehr abwechslungsreich ist. Also mit den Kollegen, das Zusammenspiel, das Klima ist sehr wichtig bei uns. Ich habe sehr viel gelernt bis jetzt und ich hoffe, dass ich noch immer viel mehr lerne in der Zukunft. Es gibt Arbeitsbedingungsmöglichkeiten wie die Lehre mit Matura, die habe ich auch beantragt. Die Firma betreibt große Werkstätten. Daher besteht auch der Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorrangig im technischen Bereich. Von Industrielackierung bis Sonderfahrzeugbau. Die Lehrlinge werden dabei von Anfang an in die echten Abläufe eingebunden. Wir sind von den Themen mit Lehrlingswerkstätten zum Beispiel ein bisschen weggekommen, weil wir einfach sehen, dass man am praktischen Betrieb in einer Werkstatt zum Beispiel oder auch in einer Disposition von einem Lkw weit mehr erreichen kann, was die Ausbildung betrifft. Mehr erreichen will man auch dadurch, dass die Newcomer überall hineinschnuppern können. Zum Beispiel einer meiner Bürokauflehring einfach Interesse hat, dass er das, was er am Computer umsetzt, auch sehen möchte, wie das funktioniert und ich kann ihm das draußen bei uns zeigen, dann darf er das. Ob nun Transportunternehmen oder Jobmesse, es ist immer gut zu wissen, wie alle Rädchen im Betrieb zusammenspielen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.